Ja, die Leute, die Menschen, es sind Menschen, stehen auch 14, 15, 16, sogar 20 Stunden in dieser Uniform, in dieser Ausrüstung. Aber ihr müsst euch vorstellen, wenn ihr den ganzen Tag lang nur Steine gegen den Helm geschmissen bekommt, angeschnitten werdet, beleidigt werdet. War eigentlich ein Treffen, um Dinge zu klären und vielleicht die Welt ein Stück weit besser zu machen. Ich glaube, an diesem Tag wurde die Welt ein Stück weit mehr schlimmer. Hallo Leute und willkommen bei Team Smolik, heute mal mit einem nicht so erfreulichen Thema. Ich weiß, dass momentan sehr, sehr viele YouTuber über dieses Thema sprechen. Der G20-Gipfel. Und ich möchte auch keinesfalls auf den fahrenden Zug aufspringen, um mir irgendwie Klicks zu erbeuten. Ich glaube einfach, dass ich als Ex-Polizist vieles darüber sagen kann. Einige, die schon länger Abonnenten meines Channels sind, wissen, dass ich mal bei der Polizei war. Ich stande vor über einem Jahr auch genau hier an dieser Stelle. Habe verkündet, dass ich die Polizei verlassen werde, um Profisportler zu werden. Und ja, da gibt es sehr, sehr schöne emotionale Szenen davon, wie ich meine Uniform ausziehe. Blende ich euch gerade mal ein. Und ja, deswegen möchte ich gerne darüber sprechen. Das ist jetzt über ein Jahr her. Es hat sich sehr, sehr viel verändert in diesem Jahr. Und nicht nur bei mir, sondern auch in der Welt. Momentan herrschen überall Kriege, Hass und Zerstörung. Und das jetzt auch natürlich auch in Deutschland. Ihr habt es alle mitbekommen. Sehr, sehr traurige Geschichte. Viele Leute fangen auch an, die Polizei sehr zu haten und zu sagen, Polizeigewalt machen viele Fehler hier und da. Ich muss da wirklich auch einhaken. Ich war selber bei der Polizei. Ich war selber auf sehr, sehr vielen Demonstrationen. Ich weiß, wie das Ganze abläuft und ich weiß, was für eine hohe Belastung das für einen Menschen ist, der in dieser Uniform oder in dieser Schutzausrüstung steckt. Ja, die Leute, die Menschen, es sind Menschen, stehen auch 14, 15, 16, sogar 20 Stunden in dieser Uniform, in dieser Ausrüstung. Und ich weiß noch, damals, es war der 1. Mai in Heilbronn. Ich musste mit dieser Ausrüstung 12 Stunden lang stehen. Dir tut der Rücken weh, die Beine weh und man kann sich wirklich nicht mehr richtig konzentrieren. Und wenn es dann auch so ausartet, dann kann es natürlich sein, dass hin und wieder auch mal Fehler passieren. Ich war jetzt nicht vor Ort. Ich weiß nicht, was genau passiert ist, wie sie genau gehandelt haben. Ich habe auch keine sicheren Quellen. Ich kann nur aus eigener Erfahrung sprechen. Und wenn die Polizei mal Fehler gemacht hat, mein Gott, dann haben sie halt Fehler gemacht. Aber es sind halt, wie gesagt, auch nur Menschen. Sie sind da, um anderen Menschen zu helfen. Sie sind da, um euch zu helfen. Und deswegen finde ich es sehr, sehr schade, dass sie so krass kritisiert wird. Natürlich ist das ein oder andere nicht so legitim, was sie machen. Natürlich ist das ein oder andere ein bisschen härter durchgegriffen. Aber ihr müsst euch vorstellen, wenn ihr den ganzen Tag lang nur Steine gegen den Helm geschmissen bekommt, angespuckt werdet, beleidigt werdet, mit Molotow-Cocktails auf euch geworfen wird, und dass man dann ein bisschen emotionaler reagiert, ein bisschen sauer und wütter wird, ist, glaube ich, verständlich. Ich kann mich sehr, sehr gut in die Lage dieser Beamten reinversetzen. Und das hat auch nichts damit zu tun, dass ich jetzt irgendwie gekündigt habe, dass ich jetzt sage, hey, ich habe gekündigt, weil die Polizei so scheiße. Nein, ich habe einfach gekündigt, weil ich meinem Profisport nachgehen möchte. Dennoch weiß ich, dass die Polizei ihr Bestes immer tut, um anderen zu helfen, auch in diesem Fall. Ich finde es sehr, sehr traurig, wie die Menschen mittlerweile drauf sind. Es sind wirklich auch Trittbettfahrer dabei gewesen, die mit der Demonstration um Null zu tun hatten und die einfach den Tag genutzt haben und gesagt haben, okay, hey, wir treffen uns irgendwie. Mein Kollege David Russell hat auch ein sehr, sehr schönes Video darüber gemacht. Verlinke ich euch auch unten. Da hat er genau das Gleiche gesagt. Die treffen sich zu einer Party praktisch, als würden sie zu einer Party gehen. Wir treffen uns da und da und wir gehen auf die Straße, um andere Sachen zu zerstören, um fahrende Autos in Brand zu setzen, um Menschen zu verletzen. Und das ist schon die Thematik, wo ich mir denke, was läuft da schief in der Welt. Und wenn man sich schon wirklich gezielt mit anderen, mit Gruppierungen auseinandersetzt, um andere zu verletzen, dann denke ich mir, da läuft einiges nicht mehr so ganz rund in den Köpfen der Menschen. Ich meine, ich finde es völlig legitim, wenn man seine politischen Interessen vertreten möchte, wenn man demonstrieren geht, Meinungsfreiheit, ihr kennt das alles. Alles in Ordnung, wenn es auf friedlicher Basis passiert, aber nicht so. Es geht meistens auch gar nicht darum, dass die Menschen gegen irgendwas demonstrieren wollen. Ja, viele sind einfach so, dass sie ihre innere Wut und ihren inneren Hass an diesem Tag dann eben ausleben können und in dem Fall gegen die Beamten oder gegen andere Mitmenschen ausüben. Finde ich sehr, sehr traurig, finde ich auch schon sehr, sehr krank, muss ich ehrlichweise gestehen. Und für mich hat das nichts mehr mit gesundem Zusammenleben zu tun. Die Werte, die David Russell, die ich oder andere Kampfsportler versuchen zu vermitteln, sind immer Respekt, Liebe, füreinander da sein. Auch wenn ich meine Gegner in den Ring und auf die Fresse haue, im Nachhinein bin ich immer Freund von denen und im Nachhinein reiche ich ihnen immer die Hand. Und so ist es auch im Real Life, sage ich mal. Man sollte den anderen Menschen die Hände reichen und nicht irgendwie auf den Boden treten, wenn sie schon auf dem Boden liegen. Die G20-Gipfel mit Putin, Erdogan, Merkel und Trump war eigentlich ein Treffen, um Dinge zu klären und vielleicht die Welt ein Stück weit besser zu machen. Ich glaube, an diesen Tagen wurde die Welt ein Stück weit schlimmer. Und Leute, versucht doch mal, euch gegenseitig zu helfen und nicht gegenseitig den Hass aufeinander auszuüben. Ich merke es auch immer selber bei mir. Ich bekomme, je berühmter ich werde, desto mehr Hater bekomme ich. Ich finde es lustig. Ich sage immer, Haters make me famous. Doch ich glaube, im wahren Leben ist es nicht ganz so lustig, wenn mehr Hass ausgeübt wird. Vor allem meistens bei Menschen, die eigentlich gar nicht so drauf sind und das dann wirklich nur tun aus Neid, aus Langeweile teilweise sogar oder aus anderen verschiedenen Gründen. Leute, bleibt euch treu. Gebt den Mitmenschen eure Hand und fangt doch endlich mal an, irgendwie Frieden zu schaffen und nicht nur Hass und Neid. Und das fängt auch schon an bei Kleinstreitereien oder bei euren Mitmenschen in der unmittelbaren Umgebung. So Leute, wie gesagt, David Russell hat auch ein sehr, sehr schönes Video darüber gemacht. Ich verlinke es euch unten. Ansonsten, mehr sage ich zu diesem Thema nicht. Zusammengefasst, meiner Meinung nach, die Polizei ist dafür da, um anderen zu helfen. Sie machen Fehler, sind Menschen. Und bleibt euch mal treu und macht mal nicht so viel Scheiße. Das war euer Michael Smull. Haut rein!